Willkommen in Zagria zum Rennen auf dem Bahrain International Circuit. Bahrain bietet ein außergewöhnliches 5,4 Kilometer langes Rennvergnügen mit vielen Gelegenheiten zum Überholen. Diese Strecke frisst bekanntlich viel Gummi, besonders auf den Hinterreifen. Mal sehen, welche Reifenstrategie die jungen Fahrer nutzen werden. Diese könnte letztlich sogar den Ausgang des Rennens bestimmen. Wir sind so gut wie bereit. Und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Amoril Kudel ist auf der Pole Position. Und Jehan Darovella steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Novalank, Hauger, Enzo Fittipaldi, Besti, Martins, Benavides, Merchor, Ayumu Ivasin, Meloni, Leclerc, Ralf Boschow, Oli Bern. Hubei, Ralf Boschow, Nisame, Roman Stang, Haccia, Aini, Duhem und Theo Poucher vollständig die Startaufstellung. Die Ampeln leuchten und der Countdown beginnt gleich. Also schalten wir zur Strecke. Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen hier in unserer Formel 2023 Karriere mit Theo Poucher. Und es wird eine Last to First Challenge Season werden. Ich probiere mit Theo den Titel zu holen und ihn ja vermutlich nicht nixensher in die Formel 1 zu bringen. Aber gucken wir mal. Wir werden vom letzten Platz aus ins Rennen gehen. Es sind nur elf Runden, aber dennoch... Was? Das ist die bevorzugte Strategie. Von Rot auf Weiß oder Doppelrot und Weiß. Das ist interessant. Wir werden natürlich mal mit der ersten Strategie gehen. Ich fahre mit Controller Schwierigkeit jetzt mal nur auf 80, weil ich noch nicht genau weiß, wie stark die Karte sind. Es sind doch nur acht Runden. Wir gehen hier rein mit Theo Poucher ins erste Formel 2 Rennen. Die Namen kenne ich noch nicht alle. Es wird eine Last to First Challenge werden. Und let's go! Lights out! Wir kommen besser weg als der Junge daneben uns und auch aus Maini. Aber... Biermann, what the fuck? Wir kommen jetzt sehr toll weg. Schwierigkeit fahre ich von Anfang mal auf 80, weil ich nicht genau weiß, wie stark die Konkurrenz hier sein wird. Und wir werden TSC einfahren, dafür aber selbst starten, selbst bremsen. Und natürlich, je nachdem wie gut die ersten zwei, drei Rennen verlaufen, werde ich dann natürlich alles anpassen. Und wir sind jetzt hier bereits auf den 14. Platz. Ja, da komme ich ein bisschen auf den Körper drauf. Die Autos sind natürlich komplett anders vom Handling her, weswegen ich natürlich ein bisschen mal gucken muss, mich hier zurechtfinden muss. Ich bin vorhin nur ein, zwei Trainingsrunden gefahren und ein Qualifying, das ich dann in der letzten Runde abgebrochen habe. Also generell, im Run abgebrochen habe, um natürlich vom letzten Platz starten zu dürfen. Hier haben wir Arthur Leclerc vor uns, den Bruder von Schal, der ist natürlich sehr bekannt. Und es gibt natürlich auch viele bekannte Namen, wie Richard Verschor, der fährt auch schon einige Jahre. Theo Brugger natürlich. Wir haben Roy Nisani ewig. Daruvala. Iwasa natürlich ein Megatalent. Aber natürlich gibt es dann auch Namen wie ein Biermann, wie ein Novalak, die mir halt nicht viel sagen. Jetzt mal hier auf den 13. Platz vorgekommen. Ich muss sagen, neun Plätze beim Start ist eh eigentlich gut. Gut. Hate mich nicht oder so. Ich bin zwar früher viel Formel 2 gefahren, aber das war halt noch vor dem Jahr einerseits neuen Handling 2020 und dann auch noch 2021. Und wir wissen ja, das Handling hat sich dann nochmal gravierend geändert. Jetzt habe ich mich ein bisschen abreißen lassen, bin ein bisschen neben die Strecke gekommen, habe dadurch auch ordentlich einen Schwung verloren. Aber jetzt hier aus der letzten Koffe komme ich ein bisschen besser raus als Charles Leclerc. Ach, Charles. Ja, das muss ich mir auf jeden Fall umgewöhnen, denn ich fahre ja gegen Charles Leclerc in der MyTeam-Karriere und jetzt hier gegen Arthur Leclerc in der Formel-2-Karriere. Abonniert gerne den Channel auch kostenlos. Lasst gerne einen Däumchen hier oben da, falls euch meine Videos hier gefallen. Aber das ist dann wirklich schon mal eine Hausnummer. Jetzt schaut es gut aus. Wir kommen ein bisschen näher dran hier an Leclerc. Ah, der Exit war gar nicht sauber. Habe ich wieder ein paar Zehntel verloren und es scheint mir dann doch ein bisschen schwieriger zu sein, als ich mir das Ganze erwartet habe. Aber ich muss hier ein bisschen auf meine Reifen aufpassen, weil, wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass einige von der Spitzengruppe zweimal stoppen werden. Dass wir dann, obwohl zweimal stoppen bei elf Runden, das ist dann schon sehr weird, oder? Also wir sind ja schon in der zweiten Runde und sollte man wirklich auf die Zwei-Stop-Strategie gehen, dann müssten die Ersten wirklich schon in die nächsten ein, zwei Runden kommen. Jetzt gehen wir hier außen an Leclerc dran. Ja, der rechnet nicht damit. Und das war natürlich eher ein semi-gutes Überholmanöver von mir. Gibt es aber auch hier keine Verwarnung. Das sage ich jetzt mal, naja, so sauber war das, glaube ich, nicht, oder? Also ich glaube, da würden mir einige von euch zustimmen. Jetzt mal hier runter den Berg und rein in die Kurve. Hinten wird es wieder gelb. Ich glaube, Safety-Car gibt es im Formel-2-Modus hier nicht. Also Modus. Ich meine, ich habe einen normalen Grand Prix eingestellt und habe dann hier einiges geändert. Da scheint es hinten ein aus. Es ist ein Orangio, ne? Das sollte, ja, früher Manuel Correa sein. Der war ja auch bei dem Horror-Crash momentan worden, wie er damals involviert. Und ja, ich will mir das gar nicht vorstellen, wenn du da irgendwie das alles mitbekommen hast. Jetzt hier rauf. Und da zieht uns Richard noch ein bisschen davon, der Niederländer. Irgendwie was Falsches kommt. Da gehen wir jetzt mal rein. Und tatsächlich funktioniert das nicht ganz. Doch, jetzt hat es funktioniert. Aber es ist halt einfach unmöglich aktuell, denn Guanyu und Bottas haben für, also ich glaube, Joe hat für ein Jahr unterschrieben und Bottas einen Mehrjahresvertrag. Also Joe, wenn der nicht abliefert nächste Season und ich glaube, das wird vielleicht sogar der Fall sein, könnte man hoffen, dass das was wird. Und da gehen wir vorbei an Meloni in der letzten Kurve und das ist jetzt unser zweiter Platz. Das ist top. Das ist sehr gut gelaufen. Jetzt ist das hier so offen, der Flügel ist offen. Und ich glaube, wir wären nah genug dran für den Undercut. Aber in der vierten Runde möchte ich das Risiko noch nicht eingehen. Boxenstopfenster ist sechste Runde offen. Das heißt, wir kommen Ende 5 rein, schaffen dann immer noch die Undercutvorherungen. Und ich würde auch mal sagen, wenn da wer reinkommt, dann geht der auf jeden Fall heute nicht auf einen Stop. Da gehen wir ganz spät an die Bremse. Kommt ein bisschen besser raus als Iwasa und übernehmen hier den neunten Platz. Aber der hält hier rein, da kann ich nicht auf die saubere Linie kommen. Und das ist Platz Nummer 9. Keiner geht also auf einen Stop, denke ich mal. Wäre auch eine interessante Strategie gewesen. Wir haben jetzt die schnellste Rennrunde. 1,45, 8 hier. Und wir haben ja eigentlich eh noch okay Reifen. Enzo Fittipaldi. Das ist natürlich ein sehr bekannter Name. Emerson ist Weltmeister, Formel 1 Weltmeister. Und ja, natürlich dürfen die dann auch nicht fehlen, wenn die Rennfahrer sind. Enzo und ich glaube, da gibt es ja auch noch Pietro. Und da gehen wir auch innen an Enzo vorbei. Das läuft ja jetzt wie am Schnirkel, Leute. Fünfte Runde, achter Platz. Das könnte noch so weitergehen, wenn ihr wollt. Also, das macht mir ordentlich Spaß hier. Ja, da können wir weit nehmen die Strecke. Das ist gar nicht gut. Aber die Reifen, die machen mir ein bisschen Sorgen. Geh ab in die Box. Seit wann 60? Das ist neu, oder? 60 in Bahrain? Ich war da nicht immer 80? Ist egal, ist egal. Wir werden vermutlich weit zurückfallen. Ja, am Ende des Felds sogar. Oh nein, die Boxenstops dauern ja ewig hier. War das ein guter Stop? War das ein schlechter Stop? 4,2 Sekunden. Okay, das lief sogar besser, als wir dachten. Das ist dann sogar ein guter Stop. Das ist dann natürlich sehr cool. Jetzt geht es hier mal raus. Und jetzt heißt es natürlich jetzt, ein, zwei Runden, je nachdem, wenn ich hier reinkomme, buschen. Und sechs Runden sollten die Reifen eigentlich locker halten. Wenn die Routen schon fünf halten, dann sollten doch die Weißen eigentlich das Doppelte halten, oder? Da kommen wir wieder weit neben die Strecke. Die Boxenstops dauern etwas länger hier. Da ist die Hälfte des Feldes in der Box. Und ich befürchte, dass wir hier erst einmal 4% in einer Runde für die Weißen Reifen ist grausam. Das ist tatsächlich sehr grausam. Aber noch grausamer wird vermutlich das Ergebnis werden, wo wir rauskommen werden. Die gehen jetzt alle schon aus der Box raus. Wir werden die ersten nicht bekommen. Aber wo werden wir uns einsortieren? Richard Versojan ist hinter uns, sie war es auch. Aber Vesti ist vor uns. Der ist auch ein cooler Dude. Den folgen hier auf TikTok. Da könnt ihr mir auch gerne folgen, wenn ihr wollt. Ja, Vesti, der ist ziemlich cool unterwegs. Frederik. Aber wir haben natürlich jetzt die wärmeren Reifen. Und können hier tatsächlich immerhin mal den uns überholen. Und der war, glaube ich, nicht hinter uns. Also der könnte dann tatsächlich vor uns gewesen sein. Und auch Taruela, der war vor uns. Korea war sogar Erster, oder? Ah, Cordel war doch... Das ist dann natürlich eher semi-optimal. Ja, 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 Mann, Alter. Ja! Der bremst hier mitten in der Dings ab. Also ich wusste nicht, dass die Knie hier... Okay, das war jetzt... Das war jetzt sehr dumm von mir. Victor kommt in die Box. Victor Martins ist doch... Nein, Martins ist doch Formel 2... Ah, ist doch ein Mutterspiel, oder? Victor... Nehme ich das DS hier mit. Hab auch den besseren Exit. Bin aber mit dem falschen Gang in die Kurve gegangen. Ob das dann dennoch reichen wird? Er bekommt nicht auf DS. Und das sogar früher. Aber das könnte dann tatsächlich reichen. Ah, nein. Da kommen noch vor uns noch mehr raus. Aber wir haben Olenol natürlich... Den vierten Platz. Also der Undercut hat auf jeden Fall funktioniert. Und das ging sogar mehr als erwartet. Ich muss im DS-Fans dazu. Kordel bleiben. Novalak. Ich hoffe natürlich, dass sie auch ein bisschen ins Feiten kommen da vor uns. Dann wäre heute das Podium drin. Das Podium im ersten Formel 3-Rennen... Ah, Formel 2-2023-Rennen. Das wäre natürlich Top. Und tatsächlich. Kordel und Novalak kommen ins Feiten. Das freut natürlich den, der da ganz vorne wegzieht. Das ist ein Orangener. Keine Ahnung, wer das ist. Es ist... Haga? Kann das stimmen? Ja. Dennis Haga. Uns kann das egal sein. Ich möchte jetzt mal die zwei Jungs da vor uns... Boah, zweiter Platz wäre noch cooler. Aber jetzt mal natürlich nicht zu stark hier... Uns hypen. Der Exit von Kordel war toll. Der war top. Und es sind natürlich auch nur noch drei Runden zu gehen. Jetzt aber. Jetzt aber. Nein. Zu spät. Auf der Bremse. Ich rutsche da durch. Ja. Das war suboptimal. Nicht nur, dass wir jetzt die Chance auf Novalak vermutlich verspielt haben. Sondern auch, dass Kordel jetzt vor uns... Top wegkommt. Geh, geh, geh. Na ja. Egal. Immerhin ist der dritte Platz noch drinnen. Er Kordel ist leider so im DS-Fenster draußen. Ist natürlich jetzt gut für uns, denn wir könnten uns jetzt hier den Platz holen. Aber ich fühle mich auch ein bisschen schuldig, denn ich habe so ein bisschen das verursacht mit meinem, ja, viel zu späten Bremsmanöver. Und jetzt muss er auch abdecken. Da bleibt er sogar noch eisern drauf. Aber wir haben jetzt in den hier die besseren Karten. Das ist der dritte Platz. Ob wir den behalten, ist eine andere Frage. Die Reifen fühlen sich nicht mehr top an und wir haben noch zwei Runden ab zu verteidigen. Hilfreich wäre auf jeden Fall DS-Hilfe von Novalak. Das wäre der Jackpot. Jetzt, wir sind im DS-Trennen von Novalak. Das kann uns auf jeden Fall heute den Hintern retten. Das ist ganz klar. Nein, der ist wieder draußen. Aber hier, glaube ich, mache ich Zeit gut. Da bremst die KI nämlich und ich fahre hier einfach eine Linie und gehe vom Gas runter. Gewinne jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich glaube, für die schnellste Rennrunde gibt es ja in der Formel 2 sogar zwei Punkte. Also das ist dann noch besser. Und ja, Novalak hat wirklich tolle Exits noch. Aber ich glaube, das liegt jetzt auch am Reifenunterschied. Andere Linie wird aber vermutlich auch hier noch nicht reichen. Und ich wäre auch dumm, denn ich könnte mir so sagen, dass DS noch sneaken auf dieser Geraden da. Ich glaube aber, da wird es nicht funktionieren, einen Überholmanöver zu wagen. Ja, der Exit war kacke. Der war richtig scheiße. Ja, Novalak wird das Ganze leider. Oh, da war ein Rutscher drin. Da war ein Rutscher drin. Warte, jetzt geht es in die letzten Kurven. Hier, letzter Sektor. Unsere traumhafte Kurve hier. Oh nein, da kommt es zur Berührung. Ich fahre Novalak hinten drauf. Ich trottel. Das könnte trotzdem noch funktionieren. Hier, Windschatten ansaugen. Ja, Mann, wie schnell der jetzt auf einmal ist auf der Geraden. Ja. Nein, das wird nicht reichen. Mein Exit war grottig und das DRS hilft nichts. Dennis Hauger gewinnt das Rennen vor Novalak und wir werden hier dritter mit Teoboschea und holen die schnellste Rennrunde. Was für ein geiles Ergebnis. Wir werden noch Fahrer des Tages. Das ist natürlich eine coole Sache. Ja, das war vielleicht nicht das schönste Rennen aller Zeiten. Das ist natürlich eine coole Sache.